ja leute da bin ich wieder und ja das hinter mir also ich bin schon wieder ein bisschen weiter gegangen und ja eine nachbarin ist gelaufen hier ist eine nachbarin hier gelaufen ist hier in der nachbarin gerade vorbeigelaufen und ja weil da wie schnell der hier fährt das jetzt war so sind einfach die ganzen leute hier die fahren einfach immer viel zu schnell so schnell würde ich nicht fahren ganz ehrlich ich werde keine ahnung wie schnell ich hier rauf gefahren wäre 50 oder 30 welche rauf gefahren eigentlich darf man nur 30 fahren aber manche leute sind einfach so blöd dafür was ist das denn meine leute sind einfach so blöd dafür dafür genau dafür sorry was macht der typ denn da und ich gehe weiter über den zebrastreifen hier hier ist ja eine schule da geht mein bruder und hier was macht der typ denn da ja und ich glaube einfach so klein wenig und zwar leute ich wenn ihr so nicht wusste was ich sagen wollte gerade früher ist leute ich habe ein let's player kanal wer gerne let's plays anschaut oder so was vielleicht auch viele leute von euch hier machen könnt ihr in die beschreibung klicken schaut einfach in der beschreibung gleich mal nach hier ist so ein plakat für so einen zirkus kein plan so eine scheiße hier jetzt kommt ein harley fahrer hier habt ihr ihn gesehen ich glaube ich glaube ich glaube ihr habt es gesehen oder ja und ja fährt auch wieder ein auto so jetzt gehe ich wieder zur brücke hier wo ich ja wollte meine mutter ist also meine mama meine mama und mein papa sind ja auch bei meiner oma hier oben in die richtung hier und ja ich werde ihnen wenn sie vorbeifahren oder vielleicht sind sie schon aber ich glaube nicht wenn sie vorbeifahren werde ich ihnen einfach sagen ich bleibe noch ein bisschen länger heute so bis 20 uhr oder nicht 20 uhr 19.35 wenn der talent wieder rein fährt nach villach und ja heute nachmittag war ja nicht so viel verkehr im nachmittagsbereich waren ja nur drei güter drei züge insgesamt hier ist ein hund der bild immer weil ich jetzt gehe und ja leute und ja leute noch bis später und ja leute noch bis später und ja leute noch bis später und ja leute noch bis später